dass wir uns den morlocks hier mal bei morcons anschließen kann kann schickt mich und was interessiert mich das er sagt ich brauche ganz schön als hätte ich nicht dass er so kann wenn ich kurz rumeiern war ist das so und wenn ich kein interesse habe dich zu testen euch aufs maul junge sagt ich soll mich bei dir melden also gibt mir etwas zu tun hört so was auch immer kann möchte lass uns erst mal die jagd hinter uns bringen danach reden wir über kann mit leerem magen lässt sich nicht gut denken ok also tipps und dann müssen wir jagen gehen lass uns jagen gehen sollte auch nicht allzu lange dauern ich habe in den ruinen über der grotte ein paar fette kreischer gesehen wir sollten dort aber wirklich vorsichtig sein das gebiet ist überrannt von mutanten und wenn wir pech haben müssen wir uns auch mit banditen herumschlagen ist das ein problem für mich nicht dann los wir haben schließlich nicht den ganzen tag zeit folge mir ich habe mich noch gar nicht vorgestellt ich heiße ich heiße kai ich bin kai du hast einen ziemlich ungewöhnlichen namen das war leger legends mein name ich habe viele stationen hinter mir wir müssen nicht darüber reden wenn du nicht möchtest hier drin ist es vermutlich sowieso besser wenn wir die klappe halten zu viele ohren wir haben jetzt übrigens die 50 treibstoffe besorgt und können jetzt wirklich hier super lange fliegen ihr seht ja ja also mehr geht tatsache nicht mehr da wirklich sehr viel investiert was heißt investiert aber ihr wisst was ich meine das ist hier doch jamul oder so wie er heißt war er hier ja erstmal auch kann man muss doch hier jamul der auch gegen mich kämpfen will noch oder ich gegen ihn kämpfen will warte mal wir haben dann noch hier die neue waffe man die macht nochmal 20 dinger mehr die kann man nicht benutzen weil wir noch ein bisschen wir brauchen noch ein geschädigtes dann können wir das verbessern und dann noch vier stärkerpunkte die kriegen wir auch bald und dann haben wir also diese sind auch schon super stark hier ganz cool aus war ersten die schlechter schwert ok frische luft da unten kann man die richtig vermissen dieses aufbereitete zeug ist auf dauer nichts ich finde es nicht so schlimm ich dachte dass gerade du als außenseiter mehr daran auszusetzen hast ich habe noch ein geschäft mit einem unserer händler zu erledigen in einem unserer außenposten ich dachte ihr braucht eine handelserlaubnis um zu handeln wer ist er denn warum denkst du ich hätte keine wir mohkons mögen viele aber wenn man einmal unser system verstanden hat lernt man es lieben aber genug davon lass uns erstmal eine kleine verschnaufpause einlegen wer ist denn gregor soll mal kurz die fresse halten mutige jäger haben immer meinen vollen respekt exzellent aber weißt du was ich jetzt machen kann pass mal auf ich habe hier was gefunden ähm klauen klauen hier klauen das kann ich nämlich den machen ne wie ich x aber er wird mich wahrscheinlich sehen aber wir probieren jetzt trotzdem ein just for fun aus wir stehen hier jetzt einfach mal ich habe hier wirklich gerade seine besser nicht ich habe hier gerade seine waffe abgeluchst das ist ja witzig oder wir haben nicht ewig zeit wie cool ist denn das dann kann ich ja hier hier 209 dann kann ich das ist ja mega habe ich genug geschickt auch so ohne das mal kurz mal geschickt meinen bogen ja wir haben gerade auch so also können wir das mal so lassen jetzt kann ich mich alle thronen öffnen und ich kann die leute einfach bestehen wie cool ist denn das schlechter zeitpunkt du willst wissen wo ich herkomme ist das etwa ein geheimnis wer du früher einmal warst kennst du xarko ähm ja dort komme ich her vor langer zeit war ich im krieg ein kommander bei ravak wie bitte du warst mal ein alb ich bin die beste hier beim xarko du kleiner pisser und du hast ihnen abgeschworen ne ich bin spion du sagst sie jetzt es gehört viel mut dazu die fehltritte seiner brüder zu erkennen und konsequenzen daraus zu ziehen ich respektiere das aber genug geredet lass uns weiter wir haben es nicht mehr weit bis zu unserem außenposten ja was genau möchtest du eigentlich dort habe ich doch gesagt ich habe dort geschäftlich etwas zu erledigen was genau braucht dich nicht zu interessieren kann ich mich auch die waffe klauen das war voll witzig ey zieren solange du nicht zu uns gehörst sag mal was hat dich eigentlich zu uns verschlagen kann ich nochmal alle leute jetzt nochmal separat bestehen ach nur so tut mir leid wenn mich das nichts angeht war nur neugierig na so fast da da hier sind ein paar Pfeilchen Fahner Heiltrank Teiler brauchen wir erstmal nicht geht der denn mit mir hin ich kann jetzt hier so in der luft mit mir stehen mega da da kommt ein Gast jetzt junger ah ja ah hier sind wir ich erinnere mich warte kurz auf mich ich bestehe jetzt die Wachen einfach oder auch geeinigt hat die Wachen bestehen und dann hackst du hackst du einfach jeden hier nieder dann lass ich natürlich auch mal sicherlich tun das Zeug ja habe ich gib es mir ups der ist mein Tee der einfach sagt ups witzig blatt was möchtest du hast du schon das Zeug ja habe ich gib es mir ich habe es natürlich nicht hier du Holzkopf es liegt dort wo es immer liegt aber da war nichts wie da war nichts hat uns etwa jemand bestohlen scheiße ich kümmere mich drum wenn ich Zeit habe das solltest du besser ich habe noch was zu erledigen wir sehen uns so ich ich bringen sie Hände rein was Geschäfte machst du mit ihr ach nichts besonderes ich bringe ihr seid Schmuggler richtig meine Geschäfte gehen dich nichts an sonst besser in der Hände ok ich will mitmachen mein lass uns erstmal unsere ja auch jetzt kannst du oder nein immer noch nicht 100 du bist wirklich hartnäckig aber nein mach ich einfach mal die hat ja eine Kacke im Angebot ja ein Jetpack brauche ich jetzt auch nicht mehr Lügel aha die hat Trophäen und so ist ja interessant zu wissen Elex hat die sehr viel ja wir könnten uns naja die Klamotten könnten wir uns kaufen aber ich hoffe einfach mal dass ich jetzt hier bald mal von meinen Leuten was kriege da war Bastardschwert haben wir das? haben wir gar nicht hat es also nicht gelohnt mit dir zu reden oder ja hat es dir nicht gelohnt da haben wir 650 Dinger jetzt verloren Blatt was möchtest du? hast du schon das Zeug? ja habe ich gib es mir nicht mein Problem ich merke sofort wenn jemand schleicht ich merke sofort wenn jemand schleicht ah nee sehr gut ey wieder war nichts hat uns etwa jemand bestuhlen? was ist denn hier oben schon das? ich kümmer mich drum da gibt es bis mein Kadaver in die Luft wenn ich Zeit habe das solltest du besser ich hab noch was zu hören so bist du dir sicher? so ähm ich mach einfach als Schmuggler ja und dann euer Geschäfter lass uns wieder weiter gehen lass uns weiter gehen so du bist ein interessanter Zeitgenosse mhm warum das? weiß ich du hast den Verdacht dass hier kein Unrecht was tun könnte aber sagst nichts hältst dich komplett raus eine interessante Art Ärger aus dem Weg zu gehen was schalte ich hier kaputt du Spaß ich mische mich nicht in Geschäfte ein die nicht die meinen sind ein kluges Verhalten was ist das denn die Kücher hier? damit hältst du die Feinde vom Leib Freunde allerdings auch zack wer ist schakal ha ja ha ja zack zack wo noch sind die ja eine Drachenechse eine Drachenechse ich mach das Freunde ach ja ach ja ach ja ey Dobby Dobby jo hi ich bin Kai wo genau hast du die Kreischer gesehen? in den Ruinen wir sollten bald in die Gegend kommen hoff ich für dich wenn ich aufhören hier ewig rum zu laufen du Sack sei wachsam es ist nur Tankengebiet ihre Aufmerksamkeit sollten wir nicht auf uns ziehen wir müssten auch irgendwo diese fetten Kreischer kreischer ach ja er mit seiner Pumpe aber ich brauche ein Leben es gibt mir ein Minusleben ein bisschen Kartoffelsalat hi ich bin Kai hier müssten auch irgendwo diese fetten Kreischer sein die ich gesehen hatte ach hier sind wir da können wir jetzt gleich kurz auf den Turm da auch gehen es sind zwar nur Kreischer aber davon viele das ist ja nicht lächerlich wie ein paar Kreischer jetzt hier so eine Welle machen erstmal muss die Stein klauen jetzt hier guck mal ich probiere das mal aus so ist das geil oder? schau mal aber die backen halt ein bisschen rum habe ich das Gefühl wa? wenn man so wenn man in der Luft ist rennen die ja immer so weg das finde ich ganz komisch ich glaube der ist echt stark hier wa? er kam schon hallo geht doch den nehmen wir aus ich könnte auch mal die Fertigkeit lernen ähm Dings zu machen wa? ja vorne da oben ist die Truhe da wir haben nicht ewig Zeit die Fische ausnehmen so hier als ich das ruht und schon viele nach vorne ich würde sagen ich warte hier und stelle ihnen eine Falle das ist hier her aber ist mir doch egal dann los den Fischern zeige ich sie boah alter wie viele sind denn das hier geil komm her hier zack bam ein bisschen zu wenig Scham endlich mal hier ein guter Kampf hier bam entspannte punkte waren das jetzt hier gewesen wach würde ich mal behaupten hat Spaß gemacht und zwar leichte gegner aber einfach mal so ich hoffe dass ich irgendwann mal später so stark und das mit Menschen machen kann ist ja witzig wer ist er denn? ist der Mutant wa? schlurfender ich helfe dir wer weiß was ich jetzt hier angeschossen hab und wie? aber warte mal wir wir kennen uns immer wo er steht der steht hier zack 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 da seh was mein Schwert bei ihm macht du Arsch alter hab mich fast getötet aber wir haben ja hier genug Nahrung äh ich spreche da kurz ab bevor ich da jetzt hochgehe und mir die Waffe hole nicht dass der Typ dann wegbackt oder so da muss man immer mal rechnen ich spiele es ja noch nicht so lange raus so ich weiß noch wo er steht jetzt gehen wir mal kurz darauf ich habe jetzt maximalen Treibstoff aber wir müssten da hochkommen sobald wir jetzt auch fliegen können absolut abartig find ich echt geil macht Launa weil da oben ist ein Kartenstück weiß ich und auch eine verdammt starke Waffe die wollen wir beides haben so hier ist ein Zwischendach schau mal ich hab gestern erst mit einem Kumpel drüber geredet äh er kam ja auch noch nicht rauf deswegen muss ich der erste sein der hier aufkommt ok ich glaube wenn wir ein bisschen schräg fliegen ist das wahrscheinlich die beste Sache die wir machen können oh 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 wir haben es geschafft hier schau mal der Sargnagel boah das Ding da sieht schon beim liegen brutal aus sieht er hier 438 macht er geschützte Munition diese Waffe wurde in einem Grab gefunden von der Leiche für jede Spur junge alter das ist ein Brecher ah ah komm mal da nach hoch ein Pokal ein Kartenstück das brauchen wir natürlich nehmen wir das ja auch noch mit dem wir schon hier rum sind ja sehr cool mal gucken ob es hier oben noch was gibt ne auch nicht ne auch nicht sind wir jetzt schon mal so hoch und oben war aber ich was denn da vielleicht hab ich ne ich bin schon ok also mehr gibt es hier nicht aber ja war cool mal zwischen landen kurz mal regenerieren und jetzt sind wir hier mit oooooooooooooh das funktioniert super die Leiche gerade noch kurz hallo so Vlad ein guter Kampf und Fleisch für Wochen so hab ich das gern lass die Kadaver einfach liegen sobald wir wieder in der Grotte sind schicke ich ein paar Leute die sie holen werden wie siehts aus willst du wieder nach Hause du nicht nein müssen wir nicht meine Waffe könnte wohl noch etwas Blut auf der Klinge vertragen meine auch schon mal einen Zykloten gesehen äh ja ich glaub schon ja dann weißt du ja wie gefährlich sie sind ja und dass wir sterben werden die Kreischer waren nur zum aufwärmen ich wollte schon immer mal ein ja da krieg ich sicherlich Bonuspunkte bei ihm und so also was denn sollen wir los zwar schaffen wir den nicht ich glaube den viel schaffen wir nicht bis zuerst ah jetzt schaffen wir den schon dann mal mir nach jetzt bin ich ja gespannt ich nehm auch mal er hier aber ach du heiliger warte mal aber meine Waffe macht eigentlich mehr Schaden wa ich spreche aber kurz ab der wird nämlich der wird jetzt spaßig aber das Herz können wir nehmen um Tränke zu brauchen dann wichtig ist nur dass er ihn zuerst angreift nicht mich boah alter Schwede wo ist denn was andere für was da gerade nie mehr war jetzt wieder runter jetzt wieder runter erstmal auf Feig erstmal auf Feig erstmal auf Feig und dann glauben war das auch noch was kleines vielleicht können wir die auch noch nebenbei hier schnell mal ausrotten haben wir gemacht was geht mit halbem boh aber wer weiß wie es wird besser wenn ich gar nicht erst mal nachdenke halb mutant halb oberter sieht echt krass aus oder nicht aber eine kleine chance gegen uns hat er mit seinem Auge auf ihn gelasert jawoll Feig liegt schon wieder im Dreck dieser Idiot ah funktioniert ja recht gut so sieht abartig aus ja daubi wirklich so aber wir haben ihn klitzeklein geraucht aber da war auch noch so ein komisches Vieh vorhin was ich angeschossen hab aber so können wir weiter ich hab Bock auf mehr ja der ist Geschichte der ist Geschichte ich bin sehr beeindruckt von dir gut gemacht glatt gefällt das hätte nicht gedacht dass wir aus der Sache Leben raus kommen ok aber jetzt lass uns lieber mal wieder zurück gehen ich kann es nicht glauben wir haben tatsächlich einen Zyklopen besiegt ja kannst du ihm erzählen du bist ein ziemlich harter Hund weißt du das wenn Marat mich das nächste Mal dumm anmacht werde ich ihm das unter die Nase reiben das ist nur so schön Marat Marat war doch der Wurm am Eingang oder also Puh jetzt bin ich doch ganz schön geschafft ich wünschte wir hätten jemanden der mich nach Hause trägt Kampzraketen der Kampf war wirklich anstrengend Mann heulen schrumpen ich bin froh wenn wir endlich in der Grotte ankommen weit ist es Ravag sei Dank nicht mehr Ravag sei Dank den Umweg zum Außenposten können wir uns ja jetzt sparen stopp mal siehst du den da drüben ja hab ich gerade gesehen da steht einer den kenne ich der hat gar keine Erlaubnis hier draußen zu sein ich werde mal mit ihm reden und misch dich nicht ein das ist eine Sache zwischen Morkons ok wo ist er denn? da ist er wer ist der? Il... Ilgur? dich kenn ich doch du bist doch Ilgur oder? ich also nein ich meine schon ja aber hast du eine Erlaubnis hier draußen zu sein? ich bin mir ziemlich sicher dass deine Ausbildung in den Käfigen noch nicht abgeschlossen ist geschweige denn dass du die Prüfung in der Arena bestanden hast das will ich auch noch machen ja hab ich natürlich also Kahn Kahns Erlaubnis habe ich ich glaube dir kein Wort zufälligerweise bin ich ein enger Vertrauter von Kahn wir ihn abschlachten? können wir ihn nicht direkt bestrafen? jetzt haben wir ein Problem entweder du gehst zurück oder nein bitte ich kann nicht wieder zurück bitte lass mich gehen nein du hast leider Pech dass ich kein Abwerber bin was warum weil ich jetzt einfach abschlachten weil ich keine Lust habe dich wieder gefangen zu nehmen du bist eindeutig für uns zu gebrauchen da bleibt mir wohl nur eine Wahl du lernst mich gleich kennen du lernst mich gleich kennen er hat einfach abgeknallt er hat richtig Spor auf Schlägerei es freut mich dass du mich das Recht der Morkons hast durchsetzen lassen nein lass uns weiter gehen nach Hause bin bereit es tut mir leid dass du das mit ansehen musstest ich möchte nicht dass du wegen diesem kleinen Zwischenfall jetzt schlecht von uns denkst nein ich muss aber wirklich nochmal erwähnen du überraschst mich weshalb deine Ruhe dass du mich wirklich unser Gesetz hast durchsetzen musst ich respektiere das sehr aber genug davon es ist nicht mehr weit witzig er hat den einfach über den Haufen geschossen feier ich also wie gesagt ich fühle immer mehr mit den Morkons ich will mich dem unbedingt anschließen die sind die sind zu witzig wenn ihnen irgendwas nicht passt kneinen sie auf jemanden ab foltern ihn sowas habe ich gesucht so eine Gilde habe ich gesucht da unten ist das schon unser oder destination ich weiß auch wo ich hier stand und dachte ok guck mal was das ist und wo ich dann einfach hier reingeflogen bin der stützchen schalte klingt nach dir 110 prozent das ist ein flusskicher das ist aber stark der flusskicher kurzer prozess ich komme können wir uns ja noch kurz heilen schnell mit sprühkäse die sehen echt krass aus ich würde auch gerne gegen die kämpfen war dass eben wie stark die sind da sind wir dafür dass ich nun mal eben was zu essen jagen wollte haben wir ganz schön viel erlebt ich fand es auch super ich werde jetzt mal bescheid geben dass die man sieht sich kann hatte mich zu dir geschehen was jetzt damit das habe ich gerade getan geht zurück zu kann er wird dich zu meinem bericht jetzt muss ich also war ja okay war ja schon fast klar dass das alles ist das würde ich noch machen hier dafür müssen wir glaube ich eh raus ja weil da kann ich vielleicht in der arena kämpfen das wäre geil so eine arena huiuiuiui na geil warte mal was das ja wenn ja ich muss da runter sehe ich gerade und irgendwas mit einer rostkassette war noch wa von dem komischen ähm von der stimme des karns die können wir uns dann auf den rückweg holen glaube ich genau in eine andere richtung gewesen ich hätte die alte welt gerne einmal im takt gesehen hat der den humans hier noch oh der ist ja stärker als gedacht da sind jetzt jede mehr gegner huiuiui da freuen wir uns auf fort dein zwerg ich grüße dich recht herzlich willkommen so ihr lappen anja wie hast du mich gerade genannt ich habe ja so eine scheiß ausrüstung ist natürlich echt für den arsch noch so viel ich habe jetzt nicht erwartet dass sie dazukommen so ein schmutz sorry aber ich habe sowas noch nie gesagt aber seien schlechtes game wie das habe ich doch nicht ich bin absolut langweich der multiplayer wirklich ich dachte eigentlich also ich habe ja Siege auch gespielt aber das war eigentlich ganz cool deswegen wundere ich mich jetzt dass du sagst dass du sagst das ist aber warum ist es so kacke das ist ja echt interessant was du da sagst meine punkte du sagst ich dachte der freund meines freundes ist mein feind andersrum der freund meines feindes ist mein freund ne der feind meines feindes so was also jetzt mal heilen noch das bleibt nicht das bleibt nicht ungestraft oh feind richtig sauerart gewesen war auch wenn es gerade ein bisschen geleckt hat ja hat ab und zu halt so ein paar performance probleme das spiel aber bin ich absolut eh oh nein wenigstens verbinden wir es doch platin hast du echt auch platin gezockt ich habe vorhin noch mal ein video gemacht also das müsste auch schneiden und hochladen zu dem spiel ähm ja aber ich bin gerade absolut zugehypt von dem spiel hier ach man ist der runtergefallen dieser idiot attacke ähm ich habe gerade jemand gefragt ob ich ära will aua aua jetzt kann ich bandit bandit tot nur ein toter bandit ist ein guter bandit ach scheiße haben wir ja ich bin nicht gut genug seed ist aber komplett anders extra da spielst du nämlich nicht gegen andere sondern du spielst gegen aliens und musst die töten von solcher erfahrung bla 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 ist jetzt nicht so geil an weißt du sein war und es ist da die waffe da unten in der ecke drin ist das so eine kacke mit der elix dran richtig richtig und richtig wo ich jetzt von hier mir an die waffe ran auch nicht schade passt das noch nicht von nerds ständig das und ich mag auch einfach mehr player das ist natürlich geschmackssache keine frage war aber wenn das so ein schmutz ist schade aber es kam so viele guten spiel jetzt raus da muss leider auch mal ab und zu mal ein flop dabei sein war leider natürlich kommt wenn es nicht so wäre aber steckst du nicht drin so der ist hier komplett runtergefallen oh man ey ne doch nur bis hier und geht da noch jetzt hier mal eh nichts geholt kann ich kann ich desto mehr ich das spiele desto mehr kann ich das empfehlen das ist einfach woher gibt es dann hochhäusern so und ist einfach tolles spiel wirklich wo ist hier jemand der sieht anders aus der hat ein sturm warra 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 ja ja fast sauber so wollte ich vorhin schon schreiben ohne witz hätte ich mir nichts geholt scheiße nervt aber es ist wirklich so also es ist wirklich so schlecht dass du selbst was du sagst so ok ich spiel es jetzt einfach nicht mehr weiter weil es so ein Mist ist oder wie kann ich mir das vorstellen da war eigentlich nur Schmutz gewesen das ist cool ich kann jetzt nicht Luftkämpfe machen ich komme mir vor wie bei Dragonball witzig richtig witzig du wirst immer nur dass ich den Schild und alles separat anlegen muss das finde ich nicht so cool so wie jetzt dass ich den Schild dann mal raus holen muss du Arschloch ich habe mir so viel Nahrung und so also ich habe mir gar keine Sorgen aber gut dass wir jetzt in der Luft kämpfen können das ist wirklich so wie Dings war ich kann jetzt noch mal Banditen feierliche Banditen zu töten ne Nummer 1 wird mir lassen so pass mal auf wollen wir jetzt mal was lustiges jetzt mal den noch reinballern ich werde mir Tatsache eingeschickt dafür auch nur weil ich das nicht ausgerastet habe weiß nicht die Stimmen Schütz ah Käthe pass auf jetzt da BAM 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 Witzig noch mehr ist der helle to my leader fremd da hat sich einer an der Ecke versteckt witzig er ist an der Decke festgehangen die tot das ist halt cool guck mal du läufst irgendwo lang find's eigentlich schon mal hin und hast jetzt schon zwei so eine Sachen gefunden Läuferklänge ist ja gut die brauche ich glaube ich ja es ist halt eine kleinere Karte aber halt wirklich mit sehr sehr viel Liebe ja spiele ist auch nicht mehr weiter kannst aber am internet alle Videos lesen dass viele zu schreiben dass das game sehr vielfältig ist aber relativ schnell langweilig wird ja ist ja Mist und dann halt 80 Thaler oder so dafür war hä warte mal so das war wohl nichts da gibt da keinen Sinn warte mal ich muss also irgendwo hier anfangen nämlich an so achso so ok das war wohl nichts die beiden gehören zusammen ja so so dann die beiden vielleicht ja dann der der ach also schwere schlösser so der hier war so so dann muss ich ja den nehmen dann den vielleicht ja und jetzt so vorne ja perfekt ne 40€ aber mit 50€ hätte ich mir eh nix mehr holen können naaa ehrlich war schädigte Kriegsambrust interessant ansonsten sehr viel Schmutzleier dabei hier ist noch irgendwas ungelootert hier ist noch mal nicht Geldkästert hier ist ein Schlüssel ein dreckiger Schlüssel ein Tonschüssel welches in einem Banditern Karakas gefunden habe hätte ich vielleicht das Ding damit aufkriegen können weiß ich gar nicht aber wer weiß vielleicht kriege ich den noch hier irgendwas anderes wir können mal ganz kurz mal nachschauen hier in unserem Wiki in unserer in unserer Karte wo bin ich denn jetzt gerade da unten bin ich also sehr weit im Osten genau genau hier ist ne Moment falsch hä ey bisschen doof ist dass du halt nicht so komplett hier raussuchen kannst ah warte hier so hier ist eine schwere Truhe genau ah ja ok der Schlüssel ist Tatsache dafür gewesen natürlich schade ansonsten habe ich gerade noch gesehen das werden wir mitnehmen hier hier ist ein Trank des Kriegers machen wir dann auf den Rückweg da steht jemand wer ist das wo ich ihn umhauen Felix hallo Felix warte mal wer ich pssst nicht so laut was hier ist doch niemand das ist nicht ganz richtig wir sind hier du siehst aus wie ein cleveres bürschchen ich bin ein cleveres bürschchen jedes mal wenn mir jemand so etwas gesagt hat gab es Ärger was aber nein ich will doch lieber zu den Morkons du willst spielen so einen Scheiß möchte ich mit einmal Chilgarana halten Beste ich habe da ein großzügiges Angebot für dich ja was denn ach komm schon wenn du jetzt noch mehr lehre fragst noch skeptischer musst du nicht doppelt oder nichts ok ich sehe schon worauf das hinausläuft Falsches auszuspielen aber du siehst aus wie je oder hör zu ich erklär es dir ich stelle dir eine Frage ich stelle dir eine Frage vielleicht den Wind doppelt aus liegst du falsch dann gehört der Pott mir so so meine Kollegen hier werden uns dabei Gesellschaft leisten sie sind immer so furchtbar neugierig und wollen immer überall dabei sein ich hoffe hm du sagst du wirst an deinem Blut ersticken wenn ich mit dir fertig bin hm weit gefällt das ist schon klar dass dich meine Jungs gar nicht so weit kommen lassen werden ähhhh oder wird das was anderes ist mir egal von mir kriegst du keinen Krümel-Elexit ist mir egal von mir kriegst du keinen Krümel-Elexit hm Falk findet das angemessen sag nachher nicht ich hätte dich nicht gewarnt ich glaube du brauchst mal eine Lektion in Sachen Respekt oh die fulminant du erkommst mir nicht wo ist der hin ich hab ich jetzt grad nicht erwartet dass ich so auf die Schnauze kriege ach Mist hab ich denn noch das Ding markiert hier da wollen wir dann noch hin ich geh gleich noch mal zu dem Typen hin ich mach es jetzt mal cleverer pass auf ich schleiche mich an und klaue seine Waffe vorher guck mal guck mal ups du Räuber hat natürlich nicht geklappt ich weiß gar nicht ob das ein Zufall ist oder nicht du bist normal ich brauch gerissenheit dafür war du bist aber normal was hat der noch ups ne ok aber ich will auf jeden Fall die bisschen machen ich will auf jeden Fall richtig auf richtig auf die Schnauze an den Typen da kriege ich ja eh seine Sachen so Felix machen wir nochmal wir können ja diesmal ins Spiel schon mit eingehen ja 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 erstmal will ich das sagen ok ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei stell deine Frage sehr gut dann musst mal gleich tausend hier tausend soll sich doch lohnen ja das ist der richtige Spirit ich werde ihn so in den Kopf abhacken dann legen wir mal los hier kommt die erste Frage ok komm vielleicht könnte die Frau beantworten wer war zur Zeit des Krieges gegen die Alps der oberste Warlord in Edan den alle nur den Pilger nannten ich habe keine Ahnung Ragnar Tja netter Versuch ist aber leider falsch der gesuchte Name war natürlich Thorreit dann machen wir gleich es ist gut sein ich habe die Schnauze voll du Arschloch du kannst mich mal der wird doch nicht locker lassen das ich glaube du also egal wie ich es gemacht hätte der hätte mir eh wahrscheinlich nicht die sind aber auch stark so jetzt habe ich mich gleich in die Schnauze aber sehen was passiert wenn ich sei jetzt Thorreit sage das interessiert mich jetzt mal ja 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 ist egal ist egal ist egal ist egal Tausender setzen wir wieder Thorreit ich sehe schon ich habe es hier mit einem Blitzmerker zu tun was hier ist ein der gesuchte Name war natürlich Thorreit aber man hat dann das Geld jetzt der hat gar nicht so viel gehabt in der Tasche war ne ich habe die Schnauze voll jetzt da du kannst mich mal zwei sind schon tot nur noch Felix nein 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 abgeschlossen habe ich einen tausender gemacht ist doch ok neue Stufe Gauna ok war ein lustiges Spielchen oder ein tausender gekommen Thorreit hat gesagt Wasser Marsch warte mal ganz kurz Wasser nur DG ich habe hier kein Wasser aber warte ich habe hier noch Wollweg Wollweg Tee ist das in Ordnung oder muss ich das Wasser holen du entscheidest denke dass du an meine Hydrierung denkst warte ich habe hier noch Wasser frisches Wasser ich lasse wieder Mast mit Kontrolle umdrehen gib mal ruhig deine Punkte aus schon richtig so ja gut zehn Punkte die war natürlich nicht stark die Glutkraller was haben wir hier schönes ist ein Ort und sagt naja ich habe trotzdem mal Wasser getrunken ist eine gute Idee mal ein bisschen Wasser auszutrinken am Tag ok oh was ist denn hier los ich sollte eigentlich hier die Leute suchen von ihr ich glaube die sind alle tot die sind alle tot muss ich mal Nahrung zu mir nehmen soweit ja ah das sieht nicht so gut aus Ilka ja hallo funktioniert das Ding eins zwei drei scheiß Kleriker Technik wir haben das Fleisch mit dem Mittel versehen nur schlafen die Biester nicht ein im Gegenteil irgendwie wirken sie unruhig ich seh mir das mal an sieht nicht so aus als ob Vanyas Beruhigungsmittel funktioniert hat wahrscheinlich nicht ist er nicht so schön meine Truhe ist hier noch warte ich kann mal schnell knacken so ein vierer Ding ja easy ist ja auch wichtig Wasser und so ist richtig so Titanbecher haben wir noch hier Elixit Beute Elixit ok jetzt wollten wir noch hier hingehen da gibt es nämlich einen Trank des Kriegers und dann gehen wir zurück zu unseren Leuten jetzt warten weißt schon soweit ist es tatsächlich nicht weil ja mehr Stärke zu kriegen ist natürlich wichtig immer wichtig da ich auch Nachkampf spiele hopp boah habe ich gerade erschrocken jesus maria 23.06. infizierte Ratte Nummer 3 wurde mit einem Kräutergemisch aus Stachelblüte Kaltstachel und einer Mana Pflanze behandelt aha Anwendung fehlgeschlagen die Ratte ist verstorben 14.07. der Trank zeigt keinerlei Wirkung bei meiner Frau ihr Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag sie schmerzt hat starkes Fieber ist zu schwach zum laufen die Behandlung schlägt einfach nicht an Tank des Kriegers passt wie viele Menschen hier früher wurden an denen in diesem Brief es tut mir leid ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen der Schmerz durch den Verlust meiner Frau ist einfach zu groß dazu kommt noch die aussichtlose Zukunft für meine Kinder ich habe uns erlöst krank ok den Pot holen wir uns rein ich höre schon wieder kommt irgendein Vieh hier komm her wir brauchen eigentlich mehr Ausdauer das wäre essentiell so und jetzt können wir uns noch diese Kassette da holen wo ist denn das hier da oben bei den Outlaws aus der Elbe kommen wir ja dann nochmal ein Anlass noch hin äh hier das meine ich da haben wir schon einen Teleporter ab 4,7 K Grad ah scheiße 4,7 hast du wieder ich höre ein Vieh ein Flugscheusal ach du Heiliger ach du Heiliger was ist denn hier ist hier was cooles oben ich speichere aber lieber schnell ab ich sehe schon ich sehe mich schon gleich wieder sterben hier ich sehe mich schon gleich wieder sterben hier ja ja machen wir ganz in Ruhe meine Freunde aber ein Kampf ein Kampf ah das geht ja ich bin manchmal auch immer so schnell fertig ein Flugscheusal ist auch schon bei mir wieder aber der der gleift nicht mich an noch einer aber aber ja ist natürlich weil es halt Nahkampf wie war das kann mich halt nicht verfolgen das ist natürlich sehr witzig ein Flugscheusal da wird auf jeden Fall anders lebeband lebeband lex lex hat auch viel wert war beim Händler ein 100er deswegen wenn wir sowas haben nehmen wir natürlich mit woher ist auch noch ganz viel drin da gut jetzt hier wo ist denn der so stark ich wollte schnell rein schnell rein schnell rein so ein deftiger tolle Pfanne ja peile ach das ist Schmutz machen wir das nicht haben wir den Hecken schlechter Zeit da eigentlich auch recht das schlechter Zeitpunkt ist erstmal den ein Terrorvogel die Frage ist natürlich jetzt nur ich speichere kurz ab wie wir den da oben ausschalten am besten aber ich kann ja jetzt hier fliege und halten manchmal einfach den hier ah läuft der eigentlich ganz gut wa wieso hat der denn eigentlich ein jetpack ah cooles dass er so gleich nicht ach knappes Ding gewesen der gibt ja aber auch nichts cooles an sich wa lebeband was ist das hier kleiner Beutel ne elex hallo bier ja wo war ich keine Ahnung nimmst du eine Entscheidung vor wenn du kein Zahlenmaterial hast auf das du sie stützen kannst was Intuition und wenn du dich irrst perfekt wir können so hacken deine Talente hätte ich gerne hä also 3 ist falsch auf jeden Fall ich sehe leider die farm nicht so gut könnte es sein dass hier die 6 reinkommen da die 4 und hier eine 7 oder sowas was anderes ähm 6 6 die 6 auf jeden Fall die 600 in dritter Stelle war dann vielleicht 7 6 8 geht doch einfach morgonhose ich glaube unseres besser war ja ähm ach ich meine bei den Heilen ich hab so viel Heilt reinbring und alles drauf geschissen äh wo wollte man hin die Schatulle da holen die ist hier gleich da war es natürlich nur wo die ist ich glaube überhaupt hier wichtig Symbol von Ravak ähm hier irgendwo vielleicht weil eigentlich diese coole Sicht kann auch da drüben sein hier ist aber nichts hier ist aber nichts da so ein bisschen Schlafplatz aber hier ist auch nichts ich habe es ich habe es ich habe es überhaupt gut eines Abwerbers sehr cool ein junger Kreischer den hauen wir mal richtig aus dem Bild wo ist jetzt hier noch ein Monster da wäre ja okay da gehen wir zurück zu unseren Friends und wir haben ein paar Quests abgeben ich weiß gar nichts wenn ich jetzt zuerst muss ich weiß gar nichts wenn ich jetzt zuerst muss ich weiß gar nichts wenn ich jetzt zuerst muss ach hier Assfresser die habe ich auch noch nicht beseitigt wo sind die die davor dann holen wir uns hier auch noch schnell solange ich richtig drinnen sind einmal da drinnen dann wisst ihr wie lange das noch wieder dauert da raus zu kommen ach hier die hier ah hier die hier easy aber auch aber sagt er ein Schlafplatz dazu ich habe gerade keine Zeit Dimitri jetzt kann ich noch mal gucken jetzt kann ich noch mal gucken warte Damorkons Karns Beurteilung ja Dixons Boote das können wir machen ah ne wir sind hier bei Alexei ist ja endlich doch Ivan jetzt weiß gar nicht ob hier irgendwo Ivan ist da ist er hat auf allem nicht die Tode gefoltert verstehe ich auch Pech gehabt Klappen da ist diese Zarina wie die hieß hier ist die Arena hier sind aber richtig hier ist die Arena ich höre Biester ah schau mal ja wenige Atomfängern sind deine anderen Leute schon zurück ja ich war mir sicher ich habe EK gefunden die ist tot ich kann es nicht glauben ich kann es nicht glauben und alles nur wegen dieser verdammten Arena wir führen uns selbst auf die Schlachtbank blind vor Blutdurst und jetzt? ich weiß es nicht hast du ja aber nicht viel konntest du heraus gut möglich dass dein Mittel nichts du dachtest aber selbst helstet nein ah ja gut das Rezept ist nicht mein Auto hat es uns verraten es bräuchte jemanden mit Verstand nur gehe ich nicht davon aus soweit ich weiß Wagen sag mal ja habe ich aber ich weiß nicht mir wäre wohler dabei wenn sich ein Outlaw fände der sich ausgehen Outlaw Rezeptur viel verlangt auf mich nehmen Mitte bedeutet mir sehr viel Mühe bisher Gegenteil eigentlich ein Zweck erfüllt Befolgungsmittel wir fragen sie jetzt gleich ob ich jetzt endlich mal in der Arena hier kämpfen kann deswegen habe ich das ja gemacht weil ich ja richtig später habe ich vielleicht Zeit aber ich will ja jetzt kämpfen Hä ja Outlaws da war ich auch noch nicht gewesen dann fällt das erstmal flach ähm dann können wir Karns Beurteilung mal gucken was der große Pasha jetzt sagt zu mir dann wo geht es dann runter hier wa ja hallo Stimme des Karn ich war mit ihm jagen ich war mit ihm jagen ja warum mir egal was er sagte dann wird sich wohl gleich herausstellen ob du unsere Werte jetzt muss ich den hier herbringen oder was bist du bescheuert jetzt nicht jetzt nicht hätte ja auch anschwinden können ist schon richtig aber ist natürlich kacke weil ich dann nicht wieder weiß wie ich hier runterkommen werde er lässt mich immer noch nicht durch naja das habe ich verstanden er ist denn er ja nicht nur ein Maulkern dann muss ich hier wieder diesen nächsten Eingang suchen aber gegen ihn muss ich da auch noch kämpfen dann machst du das jetzt aber wenn er schon mal vor mir steht ey Vlad ist wahrscheinlich da unten und dann kann ich gleich zu Gosta ich werde meinen Deckel schon noch bezahlen du musst ja keinen Boden schicken mich interessiert dieser Drecksack erlaubt einem Fremden hast du genug Luft abge... es wird... ihr verzieht keine Miene kluger Junge aber hier ihr zwei da wir kommen das Elixit kannst du jetzt schon vergessen aber du bestehst ja auf eine Demonstration atme besser kräftig durch und genieß den Gang bald wirst du dazu keine Gelegenheit mehr haben ihr bewegt euch nicht vom... was ist jetzt bald fertig? ich bin nicht vom Fleck erst wenn ich mit ihm fertig bin dann greift ihr ihn an den Haaren vor's Tor du kleiner Spinner ungeziefer zertritt man eine Lektion ich kämpfe nicht ohne... ich kann's also rück den Stoff raus nein mach ich natürlich nicht nein dann bin ich... nein geht da noch was? wird noch ein der Typ hat mir mal ein Ding vor den Latz gehauen alter Schwele Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so besiegen kann. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zu stark. Ich brauche bessere Ausrüstung dafür. Achso, ich muss hier zu Ivan, Lat, Dan. Irgendwie, wie der da auch immer heißt, der Kollege. Das war unten gewesen, oder? Das ist halt, ich verlaufe mich immer wieder. Überall anders, findest du halt gut hin. Ah ja, hier ist richtig, genau. Ja, ich glaube, der war ein bisschen zu stark. Ich habe so viel Schaden gemacht. Ich brauche erstmal bessere Ausrüstung. Und ich sehe es jetzt auch nicht, einen für 10.000, um jetzt irgendwas zu kaufen. Kollege. Achso, ich kann ja auch was lernen bei ihm. Cool. Einmal Wolf. Ja, das mache ich mal. Tiere ausnehmen. Damit habe ich bereits Alles. Die Menschen sollten ihre Lehren aus den Ruinen ziehen. Dann richte darüber doch nicht den Kopf. Ja, egal. Ich wollte jetzt bestehlen. Das war schon anders. Boah, wir verbessern Ausrüstung endlich mal. Außer einem auch keine Ausrüstung, vorzugsweise. Vor allem, wenn ich mir jetzt irgendwas hier im Shop kaufe, für sehr viel Geld. Ich schwebe neben dir. Du weißt, warum ich dich sprechen wollte. Ihr wollt wissen, ob der Fremde meinen Test bestanden und eure Aufgabe würdig ist? Ist da noch eine Aufgabe von ihm? Boah. Ich habe ihn vor eine Situation gestellt, in der er mich dabei gesehen hat, wie ich etwas aus der Grotte schmuggeln wollte. Er hat es mir durchgehen lassen. Ich hätte auch erwartet, dass er Anstalten macht, es zu melden oder zumindest kritisch nachzufragen. Nichts davon hat er getan. Das spricht eher gegen ihn. Aber das ist noch nicht alles. Du Arschloch! Wir haben auf unserer Reise einen Deserteur namens Ilgur getroffen. Er hat sich nicht eingemischt und mich ihn nach dem Recht der Morkons richten lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Das hat nachfragen sollen? Meine Art, ihn zu prüfen, war richtig. Und seine Reaktion darauf hilft mir, sein Wesen zu verstehen. Dennoch interessiert mich deine ganz persönliche Meinung. Sag mir, was du über ihn denkst. Bei der Sonnenbrille. Ist er bereit, meine Aufgabe zu übernehmen? Der hat mich geflaxt. Im Großen und Ganzen, ja. Ich denke, das ist er. In vielen Punkten versteht er unsere Lebensweise und respektiert die Morkons. Er würde einen guten Vandalen abgeben, da bin ich mir sicher. Vandalen? Danke für deinen Rat, Vlad. Ravak, segne dich. Ravak, segne euch, Meister. Ja, es ist aber gar nicht meine Aufgabe, mich da einzumischen. Wlad hat sich für dich ausgesprochen. Besser ist, sonst hätte ich dir das umgebracht. Das sollte dir eine große Ehre sein. Du hast dir den Respekt der Morkons verdient. Das wünsche ich dir etwas mitzuteilen. So, was hast du mir zu sagen? Deine Stimme schickt mich. Ich habe meinen Respekt eurer Kultur gegenüber bewiesen. Ich akzeptiere die Entscheidung meiner Stimme. Möglicherweise ist der Tag gekommen, an dem ich endlich jemanden gefunden habe. Das ist sicherlich etwas ganz, ganz Dummes. Hast du noch Fragen, bevor wir gehen? Das ist fast zu weit. Sobald du keine Fragen mehr hast. Das werde ich dir alles erklären. Ich will mich nicht anschließen. Du hast einen... Allerdings ist jetzt weh. Okay, dann habe ich keine weiteren Fragen. Dann habe ich jetzt eine letzte... Ich... Was das mich interessiert, kann ich den hier beklauen? Der hat doch sicher nicht was cool ist in der Tasche, oder? Typische KI-Recht. Erstmal... Hör auf zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Angst, entdeckt zu werden. Hör auf zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Vielleicht kann ich ihn hier beklauen. Hast du was mit den Beinen? Ja, hier sind zu viele Leute, die was sehen könnten, wa? Aber jetzt komme ich hier eigentlich mal durch. Warte hier. Ich möchte ein paar... Hast du mir? Ja, Herr. Ich bin auf meinem Weg in Rabaxdon. Ist es also so weit? Ja, ich habe jemanden gefunden. Alle meine Sinne sagen mir, er ist der Richtige. Ich bin der Richtige. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Möge Ravak dich in seinem Stillstand begrüßen. Auch dich, mein Freund. Was passiert jetzt? Ich sollte hier warten. Lass uns weitergehen. Ich habe mich nicht ein Zentimeter bewegt. Ich... Keine Frage. Diesen Weg gehen wir in Stille. Ich will hier jemanden beklauen, Mann. Ich habe da nicht Taschen, die ich bin sonst jetzt hier über Dreieck nur. Bitte, nicht reden. Ich muss mich auf das Kommende vorbereiten. Er kommt hier haltbar. Die abtrünnige Weg wäre auch ganz witzig eigentlich zu machen, aber ich finde ihn aber auch ganz echt super. Oh, er könnte mich sehen. Rückenprobleme? Ups. Schnappt euch den Dieb! Ah! Wie hat er mich denn gesehen, du Arschloch? Mann, ich will ihm die Waffe abknüpfen oder irgendwas cooles. Ich will einfach mal jemanden bestehlen. Ups. Wer uns bestehlt, zahlt den Preis! Wie hangen die das alle? Also... Ich habe da nicht ganz durchgeblickt, weil ich für Taschen Diebstahl brauche. Wahrscheinlich mehr Gerissenheit, wa? Warte mal, ist das hier irgendwo aufge... Zeigt? Clown? Hier. Was soll ich bekommen? Achso. Ja, ok. Lehrer für Diebstahl brauche ich. Dann hätte ich Clown auf 2. Dann kann ich die Leute wahrscheinlich besser bestehlen. Oh ja, wir sind die coolsten. Karl, wir können ein Foto machen. Warte, ich mache hier mal ohne Zähne. Ich bin der Karl. Yeah! Sehr cool. Das ist ein cooles Thumbnail. Komm, lauf mal schneller jetzt hier. Kann ja nicht wahr sein. Gibt es hier irgendwas zu klauen? Aha. Wer ist er denn? Bahadur? Er ist auf jeden Fall... Ja. Er sieht stark aus. Dort steht Bahadur. Ich will den... Ich werde auf deine Entscheidung warten. Hier geht es aber nichts zum Klauen, wa? Wenn ja mir das gefällt. Wollte ich das normal probieren? Klar. Aber vielleicht kann ich da nochmal einen später zu Bahadur. Ups. Du klaust hier nicht ungestraft. Ja, ich muss klauen lernen. Schade. Hat auch keinen Sinn weiter zu probieren, weil... Außer... Ich habe noch eine Idee. Gibt es denn hier einen Lehrer für Diebstahl oder sowas? Händler? Warte mal. Warte mal. Äh... Jetzt können wir uns entfernen, ja. Wer ist denn für Diebstahl zuständig eigentlich? Ich muss. Wahrscheinlich, ob ich schon jemanden kennengelernt habe... Doch, eigentlich schon, oder? Also, muss ich doch irgendwo... Gesundheit, Ausdauer... Dützenmacher, Schlösser, Bergbauer... Leckt schon wieder ganz... Also... J Fleck schon wieder rum. Ich habe noch nicht mal jemanden kennengelernt, den mir das beibringen kann. Das ist natürlich auch shit, wa? Also bei Nasty könnte ich mir vorstellen, dass sie mir das beibringt, aber scheinbar noch nicht, wahr? Lehrer für Sozial, aber hier auch so überleben. Ausdauer. Ne. Naja. Besser ich rekrutiere die Kämpfer für die sechste Macht, als dass es ein anderer tut. Ja. Ich sehe, du kommst mit Kahn. Auch wenn ich es bedenklich finde, er wird seine Gründe haben, warum er ausgerechnet einen Fremden für diese Aufgabe auserwählt hat. Bevor es losgeht, sag mir, ist es dein Wunsch, in unsere Reihen einzutreten? Ja. Ein wahrer des Stillstands zu werden, Radak zu würdigen und den Weg der Morde zu gehen. Ich habe auch nichts anderes erwartet von jemandem, der von Kahn für eine solch wichtige Aufgabe auserwählt wurde. Nun erzähl mir, was... Nein. Ich hätte es mir denken können. Ein Mann weniger Worte. Dann liegt es wohl an mir, dir die frohe Botschaft zu verkünden. Eine hohe Botschaft. Kahn hat dich auserwählt. Auserwählt, sein Leben zu nehmen. Kein Problem. Bam. Dein Enthusiasmus, ein Leben zu beenden, gefällt mir. Ich wusste, dass sie vorhin auf Abfahren. Zu deiner Frage. Wann immer du bereit bist, komm zu mir und wir beginnen mit dem Kampf. Warum denn ein Kampf? Ich habe nur ein paar Fragen. Die Gründe können mannigfaltig sein. Es gibt kaum eine größere Ehre im Leben, als eben dieses, dem Wohl des Stillstandes zu opfern. Die Typen sind so gescheuert. Um solche Hülle abzulegen, um in Ravaks Armen wiedergeboren zu werden, ist das höchste Ziel eines jeden Morkons. Kahn hat beschlossen, seine Zeit selbst zu bestimmen. Das ist äußerst ungewöhnlich und ehrenhaft zugleich. Warum fiel seine Wahl auf mich? Das frage ich mich auch. Er wird etwas in dir sehen, was er bei anderen zu vermissen stellt. Aber den wagenst du er selbst. Wenn er es dir bis jetzt noch nicht gesagt hat. Du kennst das Prinzip des Stillstandes. Wenn wir einen neuen Menschen... Dies zählt natürlich nicht für das ganze Gesindel. Lass dir ab. Wenn du ein echter Mock... Das ist der einzige Weg. Wenn dies dein Wunsch ist. Dann werde ich Kahn. Als Henker Kahns, hast du das Vorrecht auf seinen Platz. Oh, der Münch aber... Mäschte, ja? Also nicht wirst du weder seinen Rang... ...seinen Respekt. Aber dir wird die Ehre zu... Fulminant. Ich muss mich auf das bevorstehen... Fulminant. Er wird sein Fulminant. Ah. War ich das jetzt schon? Ja. Ich akzeptiere. Ich werde Kahns Leben beenden. So sei es. Dann mach dich bereit. Gewehre Kahn einen schnellen... Ich werde es dir nicht ein... Moment mal. Natürlich nur ein... Fantastisch. Ja, du? Ja. Ich danke dir dafür. Ravax sei mit dir. Ravax sei mit dir. Und mit dir. Aber er ist nicht so stark. Guck mal, er ist mein Level entsprechend. Er macht aber sehr viel Schaden scheinbar. Wie sagt er? Jetzt aber. Kahn in Ravax umarmend zu schicken. Ich habe meine Zweifel an dir gehabt. Guten Kampf geliefert. An Henke auszuwerfieren. Das war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre, Kahn in Ravax umarmend zu schicken. So ein Knalltytypen. Es freut mich, das zu hören. Störung gestehen. Für diese Tat werde ich dir einen Wunsch gewähren. Sag mir, was du möchtest. Warte mal, kann ich den endlich da looten? Exzellent. Ja, beschädigte Blutaxe. Okay. Er hat er gar nichts gehabt. Was ist er denn für ein Lappen? Ich dachte, er hat wenigstens was Cooles. Ja, das ist ja, ja? Durch Kahns Tod ist der Stillstand gerecht und billig. Aber sei dir bewusst. Ich kann andere dazu mehr aufnehmen. Sei dir... Das hast du entsprechend. Ja. Das ist mir bewusst. Ich will ein Mocker und Bärm. Sehr cool. Kahn war dein Opfer. Das Zünglein an der Waage, das den Stillstand im Gleichgewicht hielt. Deine Entscheidung, ihn zu Ravak zu schicken, hat es gestört. Um den Stillstand zu wahren, wirst nun du Kahns Platz einnehmen. Bist du bereit, seine Pflichten zu übernehmen? Jep. Ja. Bist du auch bereit, in Ravaks Namen zu bluten? Das ist ganz witzig, ja? Du musst irgendwie dich ritzen und so. ... jeglichen Schmerz zu ergulden, den er dir auferlegt? Ja. Und wenn es sein muss, den Tod zu erleiden, wenn es dem Erhalt des Stillstandes dient... Na, darüber reden wir nochmal. Dann nimm diese Rüstung als Zeichen, dass du Ravak anbietest. ... als deinen Herrn akzeptierst. Endlich. Ritus, der Stabschmutz. Morcon, Ritzen gelernt, Morcon gelernt. Stuhlgewalt gestiegen. Neuerer Bluthund. Du bist wohl einer von uns. Eine Ehre, die nur äußerst selten einem Fremden zu frei wird. Lass uns die Entscheidung, dich aufzunehmen, nicht bereuen. Fisch deines Aufsehers. Ich nehme an, du hast Fragen. Bekomme ich noch weitere Ausrüstungen? Was hab ich denn da für eine eklige Ausrüstung? Du bist jetzt im Rang eines Bluthundes. Und jedem Bluthund steht eine komplette Rüstung zu. Einen Teil davon hast du ja bereits von mir erhalten. Den Rest wirst du von nun an kaufen können, wenn du dies wünschst. Kaufen? Geh zu unserer Rüstungshändlerin bei Tengist. Du hast jetzt ein... Pass gut auf. Zuerst wirst du zu Mordrak in die Blutzisterne gehen. Er wird dich in die Geheimnisse unserer Gesellschaft einweihen und dir beibringen, wie ein Morcon zu kämpfen. Und dann solltest du dich auf Khans altem Posten blicken lassen. Alles, was Khan gehört hat, gehört nun dir. Ach cool. Sein Zuhause... Aber auch die Stimme, das Khan, oder? ...und seine Pflichten. Fragen, die Khan gestellt wurden, werden nun dir gestellt. Geist, kann ich dich nicht einfach in umbringen? Jetzt muss ich mich aber wieder um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Er mag seinen Mitglied ja. Wer ist jetzt theoretisch mehr, als du kannst sie am Altar benutzen. Was hat er mir denn jetzt hier für einen komischen Schlüpfer gegeben, denn? X-Lot zuweisen, ja. 51. Ja, ist doch okay. Sieht zwar echt gay aus, die Rüstung, aber... Alles, was mich jetzt mal interessiert, was ist, wenn ich ihn jetzt töte? Ob ich das überhaupt schaffe, ist auch die Frage, aber... Ob ich ihn einfach umbringen kann? Er ist leider nur bewusstlos. Fade. Ich glaube, kann ich ihn leider auch nicht. Hat mir also nichts gebracht. Fade. Er hat das Schwimmspotenzial, okay. Gut, ist das der Altar, oder da, wo Sarina ist? Da, wo Sarina ist, was? Okay. Ich bin jetzt ein Mauchkorn. Ein Blutronch. Witzig. Ich gehör zu denen. Wer ist er? Mordrach. Ist auch was du sagst, du Lachen. Ist so. Hast du Ketzer überhaupt eine Ahnung, wer ich bin? Eine Mordrach. Nein, aber Freunde, wenn wir wohl nicht mehr. Anstatt in unser Heiligtum hätte man dich in einen Käffn. Aber nicht so frech. Klär das mit Bahadur. Bis dahin richte ich mich in Karns Behausung. Fühl dich nur nicht so sicher. Und dann ändert deine Auge ganz. Dann trifft es sicher, dass du mich jetzt lehren sollst. Bahadur ist also tatsächlich der Meinung, dass aus dir... Okay. Aber er soll seinen Willen bekommen. Wir kommen in der Blut zu sein. Dort überzeigen wir uns mit deiner Zierigkeit. Was genau passiert jetzt? Schweig. Ich kann es nicht leihen, wenn Worte achtlos verschwendet werden. Sehr gut. Auf deinen Schultern lastet Karns Erbe. Halt also gefälligst deinen Mut. Ein Peiniger. Peiniger. Zu mir. Du willst also lernen, wie wir aus Schmerzen Kraft schöpfen? Nun, zeig mir erst einmal, wie viel du aushalten kannst. Zieh die Rüstung aus. Danke. Gut. Hauptsache, du bringst mir etwas bei. Dafür musst du erst einmal die Prozedur überstehen. Hä hä hä. Das sind ja hier ganz verrückte Typen, sag ich euch, wa? Das ist der Altar hier. Rituale geben die dauerhafte Boni, wenn sie aktiv sind. Sie werden aktiviert, sobald deine Lebensenergie eine gewählte Schwelle unterschritten hat. Je niedrig die Schwelle, desto stärker wirken die Rituale. Ah, ich brauch... Also kurz die Nase putzen. Moment. Du kannst einen Teil der Lebensenergie opfern, damit rätst du deine Maxxperlentern und du kannst seine Riten schneller oder sogar dauerhaft aktivieren. Das ist ja echt witzig, wa? Ich kann das auf 10% runter machen. Okay, dass wir stehlen, das ist nicht so gut. Ist das Blut hier, wahrscheinlich, wa? Ähm... Okay. Die Türen sind echt crazy, wa? Die haben richtig ein Ding an der Waffe. Wie viel Leben habe ich denn überhaupt? Ach mal, da ist das eingeteilt. Ich hab jetzt 90% aktuell. Mit Konstitution kriege ich Lebensenergie. Okay. Konstitution kriege ich Lebensenergie. Ähm, ja. So, erstmal heilen wir uns natürlich. Aber warte mal. Witzig. Wir machen uns natürlich erstmal voll hier. Ich kann mich gar nicht mehr voll machen. Moment mal. Hab ich denn jetzt für eine Scheiße gemacht? Achso, ich kann das mal wieder hoch machen. Okay. Ja, mach das erstmal wieder hoch. Was ist denn das für eine kranke Scheiße, die die hier vollbringen, oder? Ich muss meine Rüstung rausziehen, hat er gesagt. So. So. Ich. Peiniger. Du wirst. Und du wirst es ertragen. Ja, ich soll mich zusammenschlagen. Exakt. Ich will. Greif an. Was soll das, Gebade? Mann, wenn du immer... Keine Zeitverschwendung. Ist das witzig. Lass mich erstmal auf die Fresse hauen von ihm. Fantastisch. Du erholst die Schnädel. Bist ein zäher Bursche. Hast du dich genug amüsiert? Du hast die Prüfung bestanden. Wer muss sich denn sagen? Jetzt unterrichtest du mich? Sehr zu meinem Missfall. Soll entsprochen werden. Komm zu mir, wenn... Gut. Ah, ich kann dich eigentlich diesen ganzen Morkonscheiß kennenlernen. Das ist echt verrückt, wahr? Du hast einen Ritus. Du kannst einen Ritus anwenden. Und dann... Die Riten der Schmerz zu lernen und anwenden. Zwei Riten. In der der Liebseite sind die Ritaktive. Wann schneller rennen? Aha. Äh, nicht Schläge. Sind schneller. Du kannst jetzt weiter Riten der Schmerzen lernen. Du brauchst einen Ritaktive zu benutzen. Damals in der alten Welt hier gelebt zu haben, war zweifelsohne viel ungefährlicher. Ja, hier sind ja auch nur Verrückte, wie du siehst. Die Typen haben ja richtige Dinger in der Raffel. Ähm. Was sollte ich denn lernen? War das hier Dings? Mal nachden, lieber. Morkon, Morkon. Ja. Gerissenheit muss ich auf 30 haben. Okay. Haben wir. Und den Rest 64 machen wir mal so. Was brauch ich hierfür? Das könnte ich jetzt auch mal lernen. Guck mal, krieg ich 10 Attributspunkte. Cool. Äh, Chemie können wir auch schon lernen dann. Klauen können wir lernen. Brauchen wir eigentlich nicht. Ist nicht so wichtig. Die hab ich leider noch nicht genug. Und eine weitere Waffe. Was brauch ich denn dafür eigentlich? Gentenschwert. Was macht denn meins? 162 sogar. Kank. Hier brauch ich 8. 8 geschickt noch. Nur 6 raus. Was passt das mal, denke ich. Blutwäsche. Entfernt, entfernt, entfernt alle Schnauzeffekte. Wie dauert es, erhält nur noch einen halben Schaden. Wie dauert es, erhält nur noch einen halben Schaden. Okay. Ich finde hier... Das ist ganz cool, um ehrlich zu sein. Ich könnte schneller angreifen. Und das ist wieder schade. Und das ist auch 50. Eine Raserei. Eine Raserei. Okay. Ende. So, jetzt kann ich hier irgendwie ran. Ich hab das noch nicht ganz kapiert. Ah, hier warte mal. Danach wollen wir versuchen, mehr Schaden. Okay. Ah, so ist das. Okay. Aber wenn ich das zweite lernen will, dass ich 2 einsetzen kann, was bräuchte ich dafür noch? Mal ganz kurz schauen. Hier, dass ich 2 davon haben kann. 45 Konstitutionen, sag mal, bist du bescheuert? Ey, nee, da ist der Ding an der Waffe. So lange der Rätis aktiviert ist. Das sind jetzt Hauersprüche. 150 Sekunden. So, okay. Verstehe. Also, wenn ich das jetzt so mache. Ja, jetzt muss ich genau überlegen, wie ich das mache. Jetzt hab ich's aber verstanden. Also, ich kann dann schneller Ränder, als Beispiel, machen und mein Nachkommschaden, das dann wird. So. Und dann kann ich das auf 90% runterstellen, so. Guck mal, so. Und jetzt kann ich sagen... Ah, okay, ich kann aber... Ah, ich kann nur 1 auswählen. Schneller zuschlagen, mehr Schaden, schneller rennen. Ey, Tomek. Grüß dich mal lieber. Schneller rennen ist auch sehr cool, aber ich renne schon. Schneller zuschlagen. Ach, ich brauch mehr Schaden, was los? So. Ah, schneller. Man müsste schauen, wie das halt wirklich ist, so. Okay, hab ich jetzt gemacht. Ich kann ja hier mal kurz blind kämpfen. Servus, hab neue Emotes. Hast du auch neue Emotes gemacht? Sehr cool. Problem ist, dass ich schnell dazu schlagen würde mir nichts bringen. Aus feindem Grund. Aus feindem Grund. Ich hab gar nicht so viel Ausdauer. Ne, mach ich. So. Das ist ja super. Mach ich mehr Schaden. Aber eigentlich auch für einen Arsch. Ich hab zu viele Punkte jetzt hier reingebuttert, wa? Muss ich mal noch kurz zwei machen. Was ist denn da für coole Emotes? Love. Super Saiyajin, das ist cool. DFX, das verstehe ich nicht. Verstehe ich, was sonst kommt aus. Dann ist das McGregor. Salty. Sitz, rest in peace und Hex. Cheater. Witzig. Hält mir. Irgendes Elex. Ja, dann lernen wir nur eins von ihm. Nämlich, was soll ich denn mit den ganzen Dingern lernen? Hier, haben wir schon irgendwas gelernt? Ne. Ich mach nur... Ach, das haben wir ja schon. Stimmt ja. Das können wir noch lernen und... Aber soviel Heilmitte ist eigentlich scheißegal. Dann sparen wir uns erstmal die Punkte. Kann ich das hier so zuweisen? Zack. Und dann mach ich mein Leben nur auf 90%. Dann hab ich den Bubz immer aktiviert. Ist vollkommen okay. Oben links, guck mal, jetzt mach ich mehr Schaden. Wir reden später. Okay. Ich bin jetzt ein Bluthund. Bei den Morkons. Wo geht's denn hier hin? 90%. Auf die 10% nehmen sie auch drauf geschissen. Okay, den können wir so hacken. Wir machen 5, 4, 6, 3, 8, 9, 2, 4, 9, 0, 7, 0, 8. Machen wir das auch. Die 8 ist richtig... Ich seh's so schlecht. Ich seh's so schlecht. 6, 3, 0, 3. Ich find das ganz schlimm mit den Farben, wa? Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir liegt. Ist die 7 rot, kann man das mal jemand sagen, der im Chat ist? Ich seh's so schlecht. Die 7 ist... Die 7 kann ich hier benutzen, glaub ich, war es so? 9? Ah, okay. Geht doch. Was für'n Schmutz, Digga. Besser nicht. Du wirst natürlich trotzdem, ihn auszunehmen, was ist los? Ah, Mann, ja gut. Hat keinen Sinn, wenn ich die Fertigkeit da nicht kann, dann bin ich am Arsch. Sieh's ja. Dann sehen die mich und dann... Okay. Kann ich den auch hacken? Ich bin nicht gut genug. Nein, aber ist gar kein Problem, Freunde. Wir müssen doch kurz wissen, wo wir sind auf der Karte, genau. Da. Ich will den Scheiß drum jetzt ja auch machen. So, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter. In dem anderen war ja auch nur Kacke drin, also ich erwarte jetzt nichts Gutes, um ehrlich zu sein. Ähm. 6, 8, 9, 3. Geht doch. Alles nehmen. Aber hier soll Schild Stahlnetz sein. Immer ein Schild soll hier sein. Das soll der stärkste Schild sein scheinbar. Das soll ganz genau... Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Hier sein. Da. Genau. Über mir. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Was ist vielleicht eins der Wachen? Nein. Besser nicht. Nein. Besser nicht. Auch nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Was ist das denn hier? Ja, das ist alles Zeit. Das brauchen wir jetzt nicht. Müssen wir euch einsammeln. Hier vielleicht. so 23 23 das war aber nichts er war aber so so zu einfach ich verstehe nicht wo das hier sein so verdammte kacke also es ist um ehrlich zu sein da uns das gleich alles muss doch nur hier rumliegen dieses kackeschild mit lieben mache ich kurzen prozess vor wo kommt ihr euch zusammen jetzt sagen wir bitte wo die hier ist wo hat sie mich jetzt hier gesehen kann ich gar nicht gesehen haben ich bin nicht gut genug ist ja schon wieder ein tresor den ich nicht aufkriege was ist denn das für eine kacke hier 13 90 ist der code geht doch muss ein bug gewesen sein die kann mich gar nicht also ich weiß auch nicht wo sie war hätte mich gar nicht sehen dürfen können boah es kommt keiner auf mich egal ach so ja ich habe mir das markiert das ist da nämlich angezeigt aber leider keine genaueren infos wo das sein könnte das ist ja leer ja wird schon sagen wo ist denn die scheiße oben wieder zwischen dahinter das ist eine verkackte wache nur leerer tresor hier ist gar nichts komisch war aber ja hier dahinter kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen oder na gut wo gehst du nochmal raus also hier ist irgendwie nur so ein thron ganz verrückt vielleicht komme ich von hier nochmal ran kann auch sein dass es hier wo ist klar was ist denn das hier okay marika Ivan aha upsie der ist ja wie mir tot ich sehe ich das schwinge so gut dass wir nochmal geschaut haben wegen 3 shootpatronen mache ich jetzt keinen aufriss ja ok was ist denn hier los nichts er schon verrottet schweinerei jemanden so lange hier auf den tisch zu lassen das gute fleisch hätte man essen können hier geht es runter zu dem obertypi da bahadur hat der noch was zu mir zu sagen darfst du natürlich darf ich durch alter kahn 2.0 stimmt kahn sachen gehören jetzt mir das sind karts die stimme jacks cool gepriesen sei rabaks weitsicht wie lauten eure befehle herr was soll das gehabe du spruch der karts lebensfunke mag erloschen sein aber der eurige brennt fort ab jetzt bin ich eure stimme und ergebener diener wenn das so ist kannst du mir sicher sagen was von mir verlangt wird gewiss der posten eines aufsehers kennt weder schlaf noch pause ja recht muss erlassen gesprochen und durchgesetzt werden aber bevor ihr beginnt nicht gut in dem fall gebt mir bescheid wann ihr euch des ersten problems was das erste problem eine angelegenheit ihr erinnert euch sich ja die mieter marat genau die zwei geraten immer häufiger aneinander und wenn sie mehr mit sich als mit ihrer aufgabe beschäftigt sind ist unsere sicherheit bedroht das richtig die mit also soll geschehen karts entscheidung abwerber und resistente am tor wache halten zu lassen bedarf einer korrektur aber das war die mieter muss weichen meine meinung sollten jetzt lass dich nicht nun als resistente erlässt marat so gut wie niemanden passieren unter seiner kontrolle würde kaum eine gefahr für die innere sicherheit aufkeinen dimitri hingegen ist wie alle abwerber pragmatischer euch durchzulassen war eine gute entscheidung aber ob das auch für seine zukünftigen gilt das weiß nur raback wie lauten also eure befehle herr ich frage es was passiert mit dimitri parkour star mit einem raid danke mein lieber ich begrüße dich recht herzlich in meinem stream ja wie ihr wünscht einer ist ich bin nicht auf jetzt da wie es denn jetzt hier wird es doch erst da hast du kacke man 35 14 die alte welt gerne einmal im takt gesehen geht doch war komisch waren drei leute und nur mit einer person ja du weißt ja dann die vielleicht haben die keine bock um woanders hinzugehen oder waren auch nur im lurk oder was weiß ich ist ja auch nicht so stimmen aber wichtig ist nun dass du da bist mein lieber gut also das ist hier mein posten sagt er ja ich bin hier der obermacher kann ich also klauen was ich möchte das gefällt mir sehr großer namenpokal was das hier wo war das sind die geschloss aber das war okay fünf dinge und dann muss ich nach rechts 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 nach rechts 1 nach links 1 nach rechts 1 nach links 1 nach rechts und wieder 1 nach links 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 1 nach konstitution und einmal stärker super so gut ich verstehe ich muss also jetzt hier entscheidung treffen und so was du dir dabei denkst ja ich bin ja der ohrmacher einfach auf das worauf ich bock habe ich muss also an den eingang aber ich kann da hier hoch und also auch immer runter weiß ich wahrscheinlich ist das was ich meine warte mal ich will dieses verkackte schild haben das tun wir uns jetzt erst mal beiseite ah ich kann mal gucken wie viele schaden ich jetzt mache aber um erja ok one hit ah nicht ganz one hit so die fahrer ist jetzt natürlich muss auch nachher Ausdruck sondern kaufen auf jeden fall feil greif mal an jetzt hier kann ich alles alleine machen große Axt hier drin ist das Schild das wäre jetzt sehr cool natürlich jetzt mal einen Hightrack reinhauen ah nehmen wir mit die Arme aus Schlafsack hier ist er Stahlnetz pass mal auf das Ding das ich gesehen habe gibt 100 mir fehlen nochmal 4 Konstitutionspunkte 100 Reduktion schon sehr gut zur do liste hast du einmal ja die die Sachen die du dir findest zum lesen diese hat einfach so null von Bedeutung aber hier waren wir ja schon mal schon gewesen null von Bedeutung also ein paar peanut punkte sag ich mal ja das ist ja wo man sich ja nicht auch denkt so auf geschissen ich würde eh mit denen mal eingang reden so es war Ravaks Wille er hätte einen guten Morkon abgegeben wann kapierst du das endlich ich behalte dich besser im Auge so Dimitri mir ist gerade nichts am reden zum Mutter dann höre ich jetzt erstmal kurz zu du kannst froh sein dass ich ihm nicht meine Klinge zu schmecken gegeben habe mit deiner Ignoranz stürzt du uns alle ins Unglück ich schütze unser Volk und was tust du? ich sorge dafür dass wir in Zukunft überhaupt noch ein Volk haben du bist ein Verräter wie alle Abwerber schon bald wird Ravak nicht mehr so nachsichtig mit euch sein das werden wir ja sehen Marat Bruder Dimitri mir ist gerade nichts am Marat keine Zeit ich muss mich schon mit diesem Abwerber rum also ganz ehrlich ich würde ja entscheiden so ich würde auf jeden Fall für Dimitri entscheiden er war cool zu mir ich habe mich reingelassen aber ja ich habe keine Ahnung der ja erstmal das schwere Schloss hier knacken ist ja wieder ein ganz leichtes Schloss scheinbar das war wohl nichts echt wie gehts wie stehts achso Parkour so so das war wohl nichts also das haben die echt so arschig gemacht hier manchmal hier warte mal kurz nochmal so nee fuck so so Mann ey so solange du hier bist benimmst du dich der war das wahr dann das war wohl nichts Bruder ich komme komplett durcheinander mittlerweile aber Konzentration lässt auch immer nach das war wohl nichts das war der falsche wenn du was klaust wenn du was klaust stirbst du ich weiß mit dem wie du redest also nochmal so den 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 nein Mann so dann zwei von denen dann links rechts wenn du glaubst du kannst dich hier bedienen hast du dich geschnitten ja ok so und jetzt so das war alles verkackt jetzt habe ich es aber vielleicht so 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 ähm noch einer warte ne den muss ich noch mitnehmen war so jetzt mache ich den jetzt mache ich den ganz linken und dann den ganz rechten solange du hier bist benimmst du dich alter haben sie aber wirklich weißt du die stimme drücken zu mir die sehen mich trotzdem diese säcke und dobi mir geht zumindest gut danke der nachfrage außer dass mich hier diese wache du kannst dich hier bedienen und diese wache mir richtig auf den sack gehen verpasst euch jetzt hier oh mein Licht ist gleich aus vielleicht ist dann besser da stand da das war schrott ok krant des gauners können wir doch direkt benutzen oder da war gerissen halt auf 31 hätt noch warten sollen egal Viktor ich habe natürlich hast seltsam das gerade aus dem ravax nam genau so ist es ähm ich muss mit meinem freund hier reden ok mit meiner hand ja ich entsche... was du dir dabei denkst wie redest du mit mir so pass auf wegen der wachen am tor Dimitri bleibt wache Dimitri bleibt wache Marat muss weichen so wird es geschehen ja tun die instandsetzung der schächte muss vorangetrieben werden ebenso bedarf es einer neue einteilung der wachen und einer rationierung der nahrungsmittel zusätzlich wäre da noch die frage der bezahlung ausrüstung und ernennung neuer abwerber auch gibt es etwaige probleme mit den arbeitern die langsam auch kommandär verzeihung herr fangen wir mit dem an ganz oben auf das die schächte die schächte unser sorgenkind ok regelmäßig bricht irgendwo eine decke ein und bekommt wertvolle arbeitskräfte schlecht ersatz ist theoretisch vorhanden unsere abwerber haben in tavar ganze arbeit geleistet ja du meinst sie haben ein paar berserker gefangen genommen ja eine abordnung werker um genau zu sein sie waren wohl auf dem weg zu einem ihrer weltenherzen sie könnten unseren verlust ausgleichen Kahn hat sich jedoch dagegen entschieden ja ne mit dem weltenherz wie seht ihr das herr sollen sie arbeiten oder existieren achso wir haben sie doch schon jetzt die frage lass sie arbeiten so soll es sein was steht als nächstes auf der erge ein paar händler werden außerhalb der grotte festgehalten aha Kahn wollte sich dieser sache an bekannt die lösung wird etwas zeit brauchen sobald ihr sie erübrigen könnt wen der händler so was will ich denn da machen meine leute gefangen gehalten sie sind unseren abwerbern ins netz gegangen anschließend wurden sie in den nahe gelegenen außen posten gebracht warum dorthin und nicht in die käfige gewissheit habe ich nicht aber ich glaube eine unserer schwestern vor ort ist dafür verantwortlich lasst sie hinrichten in jedem fall wurde Kahn befohlen da ihr seine pflichten über ich kümmere mich da rum bedenkt aber dass sie sicher noch nicht wissen dass ihr Kahn beerbt habt vielleicht werdet ihr auf widerstand stoßen auch damit werde ich fertig ok selbstverständlich der außen posten 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 also waren wir noch schon exzellent exzellent duty ähm wir brauchen immer noch neue rüstung die kollegen finden ich guck mal ich achso ja jetzt kann ich euch hier durch da verlaufe ich mich natürlich noch mehr hier ist Jagoon da brauche ich jetzt mal neue ausrüstung um den platz zu machen der typ ist echt stark nämlich hier geht es runter aber als Kahn müsste ich da jetzt hier runter dürfen oder denke ich mal aber das ist es halt jetzt bin ich schon wieder woanders ich glaube es wird auch Zeit Falk mal auszuwechseln um mal irgendjemand anders hier zu holen ähm ich muss zu den Händlern warte mal kurz ich kann mal die Händler doch markieren das kann ja nicht so schwer sein da ähm markieren dann müsste ich doch da hinkommen so oder irgendwas ist auch da stehen was ist ein Missionsgegenstand angeblich oder so deswegen sammle ich die jetzt mal ein wenn ich die schon mal sehe ah hier ist das top ich habe dich bereits erwartet du bist jetzt einer von uns was bedeutet ich habe die erlaubnis nichts lieber als das blut axt ups mein Monitor will sich ausschalten wieder so jetzt kann ich mir eigentlich mal richtige Ausrüstung kaufen also ich habe hier du brauchst so viele Waffen hier alter schmutz hier also weg 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 ja kann trotzdem mal weg und weg die kaufen wir auf jeden Fall das Hemd haben wir schon gekauft und ja holzen das haben wir schon im Inventar ok das ist ja easy ja wie gesagt Armbrust brauche ich jetzt nicht ich kann aufweg die Armbrust ähm beschädigte Berserkap oh sieben stück habe ich davon ach ich kann die an der Werkbank nämlich verbessern schlechter Schwert Läuferklinge Brutax Akolytenschwert normales Schwert das setzen wir dann ein wenn es soweit ist Verstreckeachse hier Kettenschwert ich brauche nämlich noch ein beschädigte Kettenschwert Läuferklinge Läuferklinge Regentenschwert auch interessant macht aber nur 150 da macht meine natürlich mehr ok dann können wir noch hier was haben wir denn hier unten noch kann ich noch nicht einsetzen Rakete Rakete kann ich auch noch gar nicht benutzen hier 10 10 Resistenz Gift man hat ja echt so viel Zeug immer war im Inventar und du brauchst leider auch echt viel davon ja das kann ich jetzt einfach kaufen hier so ich habe genug Nahrung und das hier das alles hier das kann alles weg wenn ich das immer wieder brauche weiß ich auf jeden Fall ich muss einfach nur die Händler abklappen da finde ich alles wieder so und da suchen wir cool ist auch dass sie halt unendlich Geld hat und nicht halt es gab auch ich weiß nicht welches Spiel das war da musst du dann deinen die Sachen die du gefunden hast auf Händler verteilen natürlich auch shit aber jetzt können wir endlich mal so guck mal hier ist ne neue Hose und nen dicken Helm was hat er noch für mich Bastardschwert Schroffrinte Volumenreduktionshochsack 1.000 Gegenstände gesammelt 100 100.000 Digga jetzt ist der an meiner Schmiede dran irgendwas kann ich da machen ja ich habe nicht nur einen Waffenschmied dafür nämlich jetzt habe ich so viele Bögen von dem Kack hier war aber Waffenschmied 3 brauche ich einfach jetzt ist er weg da wird doch Zeit kann ich hier klauen so nee Augenverbrechen warte ich verbessere die mal schau mal so jetzt habe ich 2 davon und wenn ich 2 ja so ich vermute ich habe meins schon verkauft mein 1 das war ich weiß es ist jetzt gerade nicht so spannend ich muss das mal ganz kurz so machen ich habe 2 ich habe da 2 Läuferklingen jetzt dann kann ich die Socke noch entfernen und dann müsste ich die auch kombinieren können oder ja ähm entfernen entfernen oder nicht oder ich brauche wahrscheinlich auch Schmied 3 dafür ich sehe ich die Läuferklinge ich sehe ich die Läuferklinge ich sehe ich die Läuferklinge ah es geht nur bis das verbesserte verbesserte geht dann nicht weiter scheinbar ok jetzt verstehe ich es zeig mir deine Wache heimlich ist gut und euch ja du ich kann mich nicht beschweren ich bin gesund deswegen das ist ja schon mal das wichtigste denke ich von allen oder guck mal weg 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 krank dann brauche ich drei aber ja handel akzeptieren so viel geld ey hat er noch was zu melden hier nein so ok dann machen wir hier das hier meine ich muss meinen Aufgaben nachgehen als Aufseher Parcours, schlaf schön mein lieber, bis morgen. Danke, dass du drinnen warst. Nein, braucht das ja einzusammeln. Ich bin jetzt eher jemand in den Kampf gegen den Scheißsaal. Der macht immer noch so viel Schaden. Arsch, ich hab zu spät gelesen, sorry, bis morgen. Aber auf den Zack, ich krieg dich. Ey maaaannn. Okay. Dann halte ich ihn schon mal so ein. Komm her, hier. So geht es natürlich auch. So, die wissen ja nicht, dass ich, dass ich, oh, falsche Richtung mache. Die wissen ja noch nicht, dass ich dazugehöre. 200 Gold schonmal. Deswegen, ich will erstmal, glaube ich, zurückhalten, wa? Aber warum sollten wir feindlich gesinnt sein? Das hab ich jetzt nicht verstanden so. Mein Herr und Meister war eindeutig. Cool, ja? Du wirst dich seinem Willen beugen. Du kannst das tun, so viel du willst. Übung hast du ja. Verkenne nicht deine Position, weil... Kooperiere. Ansonsten wird Mordrak dich gefügig machen. Ich mache sie gefügig. Hier draußen hat er keine Macht. Boah. Du riskierst Rabaks Zorn. Ich weiß, was passiert. Ich werde nicht abrücken, bis du einsichtig geworden bist. Der alte Blutsäufer hat Besseres zu tun, als sein Auge auf mich zu richten. Und jetzt lass mich meine Arbeit machen. Aber ich habe nichts Besseres zu tun. Mordrak hat... Du bist der Ketzer, der zum Glauben gefunden hat... Ich kann das nicht rein. Dein Ton gefällt mir nicht. Die Wahrheit gehört ausgesprochen. Ich habe Kahn erledigt. Wenn du nicht in seine Fußstapfen treten willst, pass auf, was du als nächstes sagst. Jawoll. Glaubst du, ich weiß nicht, wer vor mir steht? Ich habe schon kapiert, dass du hier das Kommando hast. Und trotzdem gefällt es mir nicht. Überhaupt wäre ich längst weg. Verpiss dich einfach. Verpiss dich einfach. Dann ist uns eingeholfen. Nicht ich weiche. Du wirst es tun, wenn ich weiterhin deinen Willen zur Kooperation in Zweifel ziehen muss. Mein Auftrag ist, dass dieses Land von allen gottlos... Die Händler, die unter Dankas Schutz stehen, müssen sterben. Warum? Und wenn du wirklich ein Nachfolger Kahn sein willst, ist es deine Pflicht, das zu ermöglichen. Aber ich habe da anders befolgt. Sag diesem Morkon-Weib, sie sind... Hä? Warum hat man die Händler überhaupt gefangen genommen? Das haben wir den Abwerbern zu verdanken. Sie glauben tatsächlich, die Ungläubigen bekehren zu können. Okay. Aber wir haben ihrem Treiben einen Riegel vorgeschoben. Kaum jemand ist in die Grotte gelangt. Sie dachten wohl, wenn sie das Pack hier abliefern, entgeht uns das. Von wegen. Wir müssen ihren Fehler ausmerzen. Ich blicke jetzt gerade nicht ganz durch. Was hindert dich daran? Danka würde ihr Leben geben. Aber das ist es nicht, was ich will. Ich rede mal mit dir. Ja. Gut. Vielleicht steckt doch etwas von einem... Ich blicke hier nicht mit Resistenten und sowas. Du bist mir eine willkommene Abwechslung. Diese Peiniger gehen mir mächtig gegen den Strich. Da will man einen Außenposten verwalten und anstelle von Anerkennung bekommt man ein paar Resistente, die einem sagen wollen, wie man seine Arbeit zu erledigen hat. Aber ich muss an meinen Blutdruck denken. Was kann ich also Gutes für die... Jetzt müssen wir auf einmal ihre Ware zeigen? Soll ich denn hier fahren? Ja, ich brauche eh nichts von ihr. Nein, immer noch nicht. Kolja will die Händler tot sehen. Und ich auch. Fortnetzwerk. Danke fürs Zuschauen. Schlaf schon. Das ist aber nicht unser Prinzip. Wie steht es mit dir? Kolja hat recht, die Händler müssen sterben. Du bist doch selbst kein gebürtiger Morkon. Verstehst du nicht, dass... Ich habe Karns Posten nicht übernommen, um alles auszudiskutieren. Du wirst mein Urteil akzeptieren. Was sagst du da? Du hast Karn? Habe ich. Fügst du dich jetzt, oder bekommen wir zwei ein Problem? Füge dich zum Stich dann. Wieder will ich. Aber mir bleibt ja keine Wahl. Sag ihm, er kann mit ihnen machen, was er will. Fulminant. Ist das so? Ist das so? Danke. Bei Ravak. Du hast dir damit das Anrecht verstanden. 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 Natürlich kann auch ich das. Laut deine Entscheidung. Ich verstrecke selbst. Es wird mir eine Fre... Fantastisch. Wo sind die? Nur zu. Zieh deine Waffe und streck sie nieder. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie alle... Muss ich mir selber eine... Zerstörer. Zerstörung über 90%. Und jetzt zu mir. Ich muss mit dir reden. Lange höre ich mir das nicht. Du hast gut daran getan, ihnen das Leben zu nehmen. Natürlich mache ich das von selbst. Ich gebe zu, ich habe dich falsch eingeschätzt. Ravak segne dich, Bruder. Und kümmere dich nicht um die Leichen. Weiß ich auch nicht. Jedem soll klar ziehen können. Ich kehre nur. Soll ich das auch tun. Aufbruch Männer. Wir sind hier fertig. Immer ein Level Up. Gerade. Okay, Freunde. Ich glaube, das war ein sehr cooler Scream. Auf jeden Fall sind es Blutton und wir sind dem Kaden in die Fußstapfen getreten. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Mit den Verrückten hier. Und wir müssen noch die Alps mal besuchen. Die Outlaws besuchen. Dann wollen wir da ganz oben landen. Ich will Adam ja hier noch mit uns reden. Dann müssen wir noch von unseren ganz Verbündeten. Zum Beispiel nehmen wir dann Crony. Und damit wir zu den Alps gehen. Mit Kaya können wir nochmal nach Tawar zu den Berserkrand. Es gibt so viel noch zu tun. Allein, wenn wir uns jetzt mal hier unseren Log angucken. Ja, ich habe endlich mal alles. Achso. Ich habe noch ein Kartenstück sogar. Ja, ich habe ja noch so viel Zeug zu erledigen. Ich freue mich auch wirklich drauf, wie Gefährten auch. Ich weiß, man kann mindestens auf jeden Fall 5 haben. Ähm, ich glaube eigentlich kriegen wir noch bei den Outlaws. Bei den Alps sicherlich vielleicht auch noch einen. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr wisst, landet alles wieder auf YouTube in den Tagen. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream Jungs. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. So, das war das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. einen Kommentar oder sogar ein Abo. Damit ich weiß, ihr habt es gesehen. Euch hat es gefallen. Und, ähm, vielleicht konnte ich euch noch weiterhelfen. Was mich super freuen würde. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's gut. Bis dann.